Hallo und willkommen zu diesem Capstone-Video. Der Kehrwert der unbekannten Zahl wird um 3 vergrößert. Der Kehrwert der unbekannten Zahl wird also um 3 vergrößert. Die unbekannte Zahl benenne ich mit x. Demnach ist der Kehrwert der Zahl 1 durch x. Um 3 vergrößert bedeutet dann noch plus 3. Also fassen wir zusammen, der Kehrwert der unbekannten Zahl 1 durch x soll also um 3 vergrößert werden, also plus 3. Somit haben wir den Term erstellt und die Aufgabe ist fertig gelöst.